Erhöhter Schaden So, ich glaub, ich hab's So, dann Alles Ja, hast du noch was? Ich bin zu weit Nimm selber mit Schaff auch mal was Hab ich doch, ich soll Tierchen leveln Was soll ich denn sonst tun? Oh, geil Ich mach dir auch Lady Tier zu Ist hier jetzt noch eine zweite Treppe? Nein, nur eine Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ach, da Ich wollte schon kurz sagen, was meine Hyäne Ach, falsche Richtung Hyäne Ich bin ein bisschen andersrum Gell? So Ich schwefel in die Truhe So, die Rinde noch in die Truhe Oh, die Truhe ist voll Alles gut Alles klar Da haben wir ja heute einiges gepackt Das gefällt mir richtig gut Wo packe ich jetzt den ganzen anderen Schrott hin? Ach, leuchtende Essenz Warte mal, da haben wir doch auch noch eins Glas müssten wir irgendwann mal holen? Genau Ähm, die Rüstung, die ich ergattert hab, ja Die schmeiß ich mal zu den Sklaven in die Kiste rein Lass mal da was haben Kann ich nicht sagen Rüstungskämmerchen Genau Ich pickel Wo hast du Dämonenblut? Äh, die erste Kiste vor dir Wenn du in den Gang reinkommst Dürfst du die mittlere oder die ganz oberste sein Ah, und normales Blut hast du da drin Genau Aber nur eins Ja Ah, geil Äh, ja So Und 15 Münzen hab ich Schön Perfekt So, du hast noch gesagt, du kannst noch nix reparieren Hast du mir noch ne Kiste reingeknallt? Echt? Ah Ja, okay Ja, gecheckt Mist, das wissen es ja alle Ihr habt nix gesehen, der Geld da draußen So Reparieren 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 So, ist voll Stimmt voll zu spät Äh Kostisch, Rüstungsmacher So, das machen wir dann mal komplett nackig Komplett nackig Also ich bin mal so frei und sortier deine Fellkiste, ne Okay Da ist jetzt nur Vierhaut drin Also kein Hygienfell Kein Kokodilsfell So Eins, zwei, drei, vier, fünf Bin wieder voll einrüstbar Einrüstbar Gut, also Da können wir es mal an der Stelle dann so lassen Auf jeden Fall wieder was zum Wir haben unser erstes Pferd Wir haben unsere erste Hygiene gelevelt Bisschen was in Rohstoffe investiert Aufgeräumt, weitergebaut Wobei ich immer noch neugierig bin, was Manu sich da hinten errichten möchte Wo? Da wurde diese Bei dem zweiten Rad des Schmerzes das große Über der Lager Wo ich das andere Stück gemacht habe Genau Achso, nö Weiß ich noch nichts Was wird dir erhoffen? Mag ich schon einen schönen Schornstein hier für die Futter Für die Tiere Hammer Ähm Ups Dann Einen großen Bunker mit einem Pferch drin Also Manu wollte ja wohl hier voll der Windschutz haben Für die Tiere Zwei Mieze-Kätzchen Am Zähmen Was, zwei, drei müssen es sein Ja, ich habe jetzt nur zwei reingepackt erstmal Ähm Zwei Schieferrücken Und Ich habe gehört, wir gehen gleich noch Ein bisschen Glasfarm Glasfarm Oh, kann man gerne machen Wenn du sagst, wo ich mal kurz den Restbein schon messen soll Äh, hier in die Truhe Wir haben doch hier eine große Truhe Den Kasten da Ja, hast du sie leer gemacht? Eins, zwei, drei Und Wenn er es mir überlastet Äh, Tiere Gehen wir erstmal zum Kompass da Schmeißen da rein Achso, du musst aufpassen Bei dem Glasfarm ist Kristall ist ja da die Dämonenhöhle, ne? Weiß nicht, was du es isst Also, die Truhe ist frei Du kannst jetzt da Halt So Das Abkühlend So Dann gehe ich noch kurz mal an die Fische unten hin Das und das Hauen wir doch mal alles rein Arbeitsbienen im Fischernetz Alles klar Hätten noch so ein paar Menschenarmen Wo möchtest du die haben? Äh, schmeiß die mal ins Futter für die Jene mit rein So, dann klettern wir einmal da hoch So So Ah, let's begin So Glasfarm Kristall Die Kristalle kriegst du aber wirklich nur da hinten in dem Ecken, ne? Warte mal Da Da war ich noch gar nicht Also ich Oh, in der Glashöhle waren wir doch schon Höhle der Teufel Wenn es da drin ist, dann ja Keine Ahnung, wie die heißt Also Das letztliche Silber habe ich auch noch in deine Kiste gepackt Ähm Das Also Also Gewürze Ein Schwert habe ich dir repariert Na gut, mein anderes ist jetzt wieder so weit Fast Komplett fertig Alles klar So Gewürze können hier rein Äh Äh Wo ist denn der Herd? Da ist der Herd Da hätte ich die Gewürze reinpacken müssen Äh Ich weiß immer noch nicht wie man Brot kriegt Okay Schleimsuppe mit Honig Lecker Lecker Schmack Also ich wäre dann so weit Was, auf der anderen Seite und dann links, ne? Nichts richtig im Kopf Ah, der Kürz stellt gerade das Pferd ab So So, ich komm Geronimo Schön reingebutscht Äh Vorne und dann links Ja Wir müssen nämlich da, wo die Krokodile sind Auf den Hügel nämlich hoch Jetzt kann ich gerade mal eine Dingle drauf machen Hä, wo bist du denn? So Ach, der Der ist schon drüben Du bist so grün getarnt Ich seh dich gar nicht, ey Ja, ich muss mich mal dunkler machen, ey Dass du mich gar nicht mehr siehst Ja, super Ja, wo ist er denn? Da breche ich dir noch so ein Pilsender hin So So, dann zieh ich mal Ja Gut, dass man die Anzeige so hochgestellt hat Was tut es? Äh, ja Hallo Baum Ist er hier weiter unten lang, oder nicht? Ja Ob ich es richtig im Kopf hab Vielleicht gibt es gegrilltes Krokodile Wir müssen nämlich da hoch jetzt Ne, ich mein, wir müssen unten weiter Hier links? Okay Hier ist was zu trinken für dich Es ist wieder dieses Ne, vergiss es Nicht nochmal die gleiche Suppe da, ey Ich nicht Heute die jetzt aber nicht, ne? Ich glaub Oh, wow Also wenn die unten ist Dann müssten wir Dann müsste die gleich da sein Dann müsste die Höhle aber gleich da sein Weißt du das? Ja, laut Karte müssten wir Die ist hier oben Anhöhe der Höhle der Teufel, meinst du? Ja Ich hab keine Lust zu klickern Okay Hast du den Eingang gefunden? Ah, ich bin, ich renne da gerade hinterher Ach, da ist er ja Ja, genau Ja, genau Da müssen wir rein Du bist wieder für die Verteidigung zuständig Ja, genau Hey 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 Oh, 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 oh. Bei so viel kommt leider eine andere Decke. Da ist er. Ach, Boss 1. Boah. Oh, ich hab von dem einen Eisentopf bekommen. Wie süß. Aber 140 Knochen. Oh, ich hab von dem. Oh, ich hab von dem. Okay. Okay. So. So, ich bin voll mit, äh, voll mit den Dingern. Kristall. Kristallo-Krawallo. Wollen wir dann direkt die in den Schmied beim reinschmeißen? Welchen Schmied? Komm in den Ofen? Hä? Schmied, ja. Den Ofen des Schmelzers, so. Dann passt das ja. Aber hast du damals nicht mehr rausbekommen? Als du den Boss da getötet hast. Muss immer ausprobieren, mit was du ihm danach kaputt machst. Weil den Eisentopf haben wir auch irgendwann mal rausgekriegt. Okay. Eins, zwei, drei, viertausend, neunhundertzwanzig. Und sogar noch Tierhaut. Also, es passt ja. Hier kriegst du noch was raus, weißt du das? Hier oben. Also, Kristallform, ja. Hier oben. Dort, Dieter. Den Weg da hoch. Nicht, dass sie gleich wieder alles spawnen, ne? Gut, das hab ich dich doch. Ha, 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 ha. Ja. Alter, einmal her, durchgefahren, tja. Sag mal, wie viel hast du denn jetzt gerade bei dir drin? Kannst du das wirklich wissen? Ja. 50.000? Nö, 21. Ah, hab ich fast gedacht. So, weiter. Ja, weiter geht's ja nicht mehr, ne? Okay. Vielleicht das wird noch so schön, aber. 21.000, knapp. 21.000, 22.000, 23.000, 24.000, 25.000, 920. Alles Kristall sollten zwar nicht wegmachen, aber. Wieso? Ja, nicht alles zu Glas verarbeiten. Ja. Weil für manche Sachen brauchst du auch Kristalle. Dann einmal wieder hier runter, dann. Oh, da schlafen will ich ja. Wollen wir noch was holen? Knappe Stunde haben wir noch. Halbe Stunde? Knappe Stunde, hab ich gesagt. Ja, können wir auf jeden Fall machen können. Was gescheites dabei? Nö. Oh man, Piraten wird länger dann als zwei Stunden, gell? Glaubst du ja auch, weil du hast ja alleine schon so. I never wanted to be here. Nochmal. Ich war von der Schuhe. Was geht denn? Ziegel? Nehmen wir mit. Ähm. Oder home? Alleine das Hin- und Herlaufen da über, um alles abzusuchen. Das dauert ja schon wahrscheinlich länger. Zwei Stunden. Ja. Ja, dann lass uns die Pferde, dann lass uns noch zwei Pferde suchen. Na, vielleicht besser. Aber es nimmt langsam Form an. Obwohl, ich schon neidisch bin, dass wie bei Lori, weißt du, das ganze Gebäude da. Also das ist schon... Edel. Das ist schon edel. Also ich werde meins in den Ofen schmeißen. Äh, bei welchem soll ich ihn reinschmeißen? Einer ist, glaube ich, aus. Ja. Also entweder nimmst du den, wo... ...Stahlbarren gemacht werden, weil der hat, glaube ich, auch nichts mehr zu tun. Der ist gar nichts drin. Also bei dem, wo ich drin bin, der hat nur Kohle. Ja, das war der mit Silber. Ah ja, okay, passt ja. Ja, sonst. Nein, passt das ja. Okay. Er geht ein bisschen schneller hier. Und Abfahrt. 10.500... Achso, halt, ich wollte ja gar nicht alles reinschmeißen, welche Schlauberger. Ja, ich meine, das hätte ich gerade im Video erwähnt. 2, 3, 4, 5.000 heben wir auf. 5.000 sieht gut aus, oder? Sag mal, wenn das ein Topf ist, dann können wir da bestimmt irgendwo hinstellen, oder? Ja. Ach Gott, das ist so ein kleiner Topf, ey. Ja. Ah, ich hab mal einen Lachtopf gefunden, da. Was, du hast deinen Nachttopf gefunden? Ja, ich hab mal einen Nachttopf gefunden. Was hab ich jetzt noch? Ah, der muss ja einen Lärm machen, ne? Erst bald mit den Eisen durch, das ist gut. Tja, die Pferde, ne? So, ich hab mal einen Lärm machen, ich hab einen Lärm machen. So, du spät, holt mich wieder aus. Hvorragend. Äh, sag mal. Ich bin ein bisschen irritiert Habe ich jetzt Eisenärzte? Bin ich jetzt doof? Ich mach mal bei mir kurz die Übertragung an, das nochmal kurz sehe ich Und zwar die Pferde Hast du die Übertragung an? Also siehste? Noch nicht an Weil in dem Bereich hier Tischkord, wo ist Tischkord? Wo ist Tischkord stehen? Was will stehen? Tischkord Weil hier in dem Bereich Tischkord Es sind nämlich die Pferde Und? Gehst du da hin oder? Ja Schalt hier wie sieht denn deine rüstung aus ich habe sogar pariert ich bin total ich bin 100% einsatzfähig lustig rüstungsmacher der muster mein schrein kann ich ja fast nichts anfangen durch den schrank auch mit schreien schrank verstanden also da kann ich ja die übertragung daraus machen so wollen wir oder können meine sachen repariert jetzt komme ich frische lust längst wir haben doch ein alchemisten ja nicht irgendwo dran ob man ob der nicht dahin schafft was aber wo bist du ich kann grad hoch wo ist er denn ich habe ein tor gehört tor geht raus treppe hoch weiter im kaul ach so ah dann let us go ciao vor allem